Auch wenn humanoide Roboter dem Menschen in ihrem Körperbau nachgeahmt wurden, so ist die Beweglichkeit dieses technischen Körpers um ein Vielfaches eingeschränkter als die des Menschen. Als fahrender Roboter ist Peppers Einsatz zunächst auf eine einzelne Ebene oder ein Stockwerk beschränkt. Ein Ebenenwechsel ist über eine Rampe, die nicht sehr steil sein darf, oder per Aufzug möglich. Es ist jedoch schwierig für Pepper, von einem Raum in den anderen zu gelangen, weil er Probleme damit hat, Türöffnungen als solche zu erkennen und seinen Weg hindurch zu finden. Muss Pepper längere Strecken vielleicht auf glattem Boden zurücklegen, besteht die Gefahr der Überhitzung der Motoren, die seine Räder antreiben. Er kann auf drei multidirektionalen Rädern in jede horizontale Richtung navigieren und sich 360 Grad um die eigene Achse drehen. Seine Fortbewegungsgeschwindigkeit entspricht dem langsamen Gehtempo eines Menschen, etwa drei Kilometer pro Stunde. Da ihm Beine und Füße fehlen, kann er keine Absätze oder Treppen bewältigen oder über Hindernisse auf dem Boden hinwegsteigen. Mithilfe seiner eingebauten Kollisionserkennung kann Pepper aber Zusammenstöße vermeiden und um Hindernisse herumfahren. Aus Sicherheitsgründen kann sich Pepper nicht von der Stelle bewegen, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist. Der zweite humanoide Roboter, dessen bewegliche Fähigkeiten wir näher betrachten möchten, ist Nao. Nao ist aufgrund seines Aufbaus beweglicher als Pepper. Er besitzt im Gegensatz zu Pepper zwei Beine, mit denen er auch gehen und seine Umgebung erkunden kann. Nao ist fähig, einfache Bewegungen wie zum Beispiel Aufstehen und Setzen auszuführen. Wenn er mal umfällt, kann er sich auch von alleine wieder neu positionieren. Komplexere Bewegungen, wie zum Beispiel Tanzen, kann er ebenfalls ausführen. Jedoch hat auch er Probleme damit, Hindernisse zu überwinden oder über sie hinwegzusteigen. Ebenso sind unebene sowie zu weiche oder glatte Untergründe für seine Fortbewegung problematisch.